Mark Forster ungewohnt privat. Bei der Kinopremiere von Trolls gemeinsam stark in Köln spricht der Sänger und Synchronsprecher passend zum Film über seine Schwester. Ich glaube, dass zwischen Geschwistern ein besonderes Band gibt. Ich habe eine Schwester, an die musste ich natürlich auch ganz viel denken. Im Film geht es um die Verbindung, die Geschwister zueinander haben. Etwas, das auch Mark Forster nachempfinden kann. Also ich glaube, dass alle, die Geschwister haben, kennen das irgendwie, dass es da so eine Verbindung gibt. Selbst wenn man jetzt nicht jeden Tag miteinander spricht oder sich permanent austauscht, ist man connected. Einen handfesten Streit gab es bei ihm und seiner Schwester aber nie. Stattdessen gibt sie ihm ein besonderes Gefühl. Wenn man sich begegnet, ist man sofort wieder ein Kind, finde ich. Also man, ich fühle mich dann schon, bin der größere Bruder, ich fühle mich dann schon wie der Größere und der Ältere, aber trotzdem halt wie ein Elfjähriger sozusagen. Als wäre man nie groß geworden.